Okay, wunderbar. Dann Dankeschön, dass wir hier sprechen mit unserem Thema, das Schlechteste bei der Welt oder die Gewaltenteilung richtig umsetzen. Wir sind dabei Kirsten Bock und ich. Kirsten, du kannst kurz ein paar Worte zu dir sagen. Kirsten? Ich nicht. Aha. Jetzt. Die Tücken der Technik. Hallo, ja. Mein Name ist Kirsten, ich bin Gerüstin, ich bin Datenschutzexpertin und arbeite bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Ich twitter unter privacy.de und ich war Sachverständige im Bundestag für den Entwurf des Registermodernisierungsgesetzes und ich spreche hier heute privat. Okay, wunderbar. Mein Name ist Rainer Rehack. Ich habe Philosophie und Informatik studiert, bin jetzt Doktor an der Weizmann-Institut für die vernetzte Gesellschaft und meine Themen sind so Datenschutz, IT-Sicherheit. Und auch ich war Gutachter im Bundestag im Innenausschuss. Da ging es aber um die digitalisierte Verwaltungsleistungen am Beispiel des Familien- und Elterngeldes. Und dann haben wir uns gedacht, zu zweit, dass sich da diese Themen überhaupt überlappen und auch ergänzen und da eine gewisse Struktur zur Erkenntnis. Und deswegen werden wir jetzt sprechen über so ein paar grundsätzliche Sachen, die das E-Government angehen. Erstens die Vorstellung von uns beiden, da sind wir jetzt gerade. Dann werden wir eine Einführung machen in die digitale Verwaltung und die informationelle Gewaltenteilung. Dann werden wir an den beiden Beispielen, die eben angeklungen sind, also die digitalisierten Familienleistungen und die Registermodernisierung, unsere vorherigen Ausführungen konkretisieren und das Ganze dann in so einem Abschluss zusammenführen. und quasi so ein Fazit ziehen und dann können wir die Erkenntnisse diskutieren. Genau, dann kommen wir erstmal jetzt zur Einführung in die digitale Verwaltung und die informationelle Gewaltenteilung mit den Christen. Ja, vielen Dank. Rainer, bei der Fragestellung E-Government, ja oder nein, geht es uns eigentlich nicht um die Frage, ob Digitalisierung überhaupt, das ist schon eigentlich eine gute Sache, sondern wie bei der Planung und dem Design mit der Digitalisierung umgegangen wäre. Da sollte es sich nämlich nicht in erster Linie um marktwirtschaftliche Aspekte drehen, wie das in kommerziellen Unternehmen ist, sondern maßgeblich sollte sein, welche Anforderungen öffentliche Dienstleistungen, die Daseinsvorsorge eigentlich erforderlich machen und zudem ja auch Berücksichtigung finden, die Bedingungen aktueller Lebensweise, etwa also wie Verwaltungsdienstleistungen ja für die Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt werden, also zum Beispiel über Smartphone, weil das einfach ein Tool ist, was weite Verbreitung gefunden hat, im Gegensatz zum Gang zum Amt. Aber wenn man sich jetzt einer, wenn man jetzt versucht unreflektiert Digitalisierung zu optimieren, wie das üblicherweise passiert, dann stehen Effizienzgesichtspunkte im Vordergrund und das ist eine rein technische oder wirtschaftliche Denkweise, bei der so klassische Mittel und Ziele Zentralisierung sind, vereinfachter Datenzugriff, universelle Identifikation, Identifikatoren und so weiter. Aber die Frage eigentlich, die wir stellen müssen, ist Effizienz für wen eigentlich und entlang welcher Kriterien? Wie soll also E-Government der Zukunft aussehen? Und bezüglich staatlicher Systeme haben ja Rechtsstaatsprinzipien den Zweck, Macht zu beschränken und Prozesse zu verlangsamen, um etwa demokratische Interventionen möglich zu machen. Und genau danach muss sich die Gestaltung von IT ausrichten. Das heißt, Systeme müssen so gestaltet sein, dass rechtsstaatliche Grundpfeiler und Prinzipien nicht technisch ohne weiteres umgangen werden können. Das heißt, sie müssen demokratiefest sein. Also im technischen Bereich sprechen wir dann auch von Resilienz. Ein konkretes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Gestaltung technischer Systeme nach verfassungsrechtlichen Vorgaben. Das kennen wir aus dem Gewaltenteilungsprinzip, aus dem Föderalismusprinzip, so wie das auch in Artikel 20 dem Grundgesetz festgeschrieben ist. Und das bedeutet dann, dass wir auch im Bereich der Digitalisierung eine Trennung haben müssen der Systeme. Und zwar, so wie wir das kennen, Kommunen, Länder, Bund als vertikale Gewaltenteilung, aber auch zwischen der Exekutive, der Legislative und der Judikative. Aber auch, und das ist ganz wichtig, zwischen den einzelnen Behörden, so wie wir das kennen, dass wir zu unterschiedlichen Behörden auch tatsächlich gehen müssen, weil die getrennt in Räumen sind. So müssen sie auch digital getrennt verwaltet werden. Das heißt, das Finanzamt darf nicht einfach auf Schuldaten zugreifen oder Versicherungen dürfen nicht einfach auf Kindergartendaten zugreifen. Also auch das muss technisch sichergestellt sein. Und genau so, also genau diese Grundprinzipien der Verfassung müssen in Technik abgebildet werden. Und das hat auch Gründe, die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben. Und dazu erzählt uns Rainer was. Ja, danke schön. Wir wollen jetzt natürlich keinen philosophischen Grundsatzvortrag halten, aber so ein paar Grundpfeiler, warum wir das Ganze hier machen, und warum sich die Technik so nach diesen Fragen ausrichten soll, muss man schon machen, damit wir das auch ordentlich motivieren können. Also der sogenannte Gesellschaftsvertrag geht quasi davon aus, oder man kann erst mal die Frage stellen, warum gehen wir als Individuen überhaupt Macht an irgendwelche staatlichen Stellen ab, also an andere Stellen, als dass wir selber alle unsere Möglichkeiten immer ausüben. Naja, es gibt eben bestimmte Aufgaben, die sind nicht individuell lösbar. Also sowas wie allgemeine Regelung des Zusammenlebens oder der Schutz von Schwächeren oder so praktische Sachen wie Verkehrsplanung, Sicherheit oder auch Umweltfragen, die sind individuell nicht lösbar. Das heißt, dafür schaffen wir unsere Staatsstrukturen und diesen Strukturen geben wir dann die Macht, um genau diese Aufgaben zu erledigen. Dabei ist aber eben, ergibt sich schon, dass diese staatlichen Stellen eben nur genau so viel Macht haben sollen, damit sie die ihnen übertragenen Aufgaben erledigen können, aber eben auch nicht mehr. Denn sonst würden sie ja außerhalb ihrer Konstruktionslegitimität stehen. Und man kann jetzt sagen, dass die sogenannte, also die informationelle Gewaltenteilung, die informationelle Gewaltenteilung, setzt also diese politische Trennung und Beschränkung auch technisch um. Wer da weiterlesen will, Steinmüller hat dazu gearbeitet. Jetzt besteht die Chance der Digitalisierung, insbesondere auch von Verwaltung, aber auch anderen Stellen, besteht darin, diese Machtübertragung an so staatliche Stellen so ein bisschen feiner auszudifferenzieren und so ein bisschen anders auszutarieren, weil man vielleicht kleiner steuern kann oder feingliedriger Möglichkeiten geben oder auch zurückhalten kann. Das heißt, es ist tatsächlich eine Chance hier, die aber auch sozusagen im negativen Fall vom Gegenteil begleitet werden kann. Wenn man also diese Digitalisierung nicht richtig macht, nicht ordentlich macht, dann bekommen eben diese staatlichen Stellen technisch bedingt mehr Macht, als sie eigentlich haben dürften und können dann quasi weit über ihre Erledigungen hinaus agieren. Das heißt also, dass IT-Design auf der IT-Design-Ebene genau diese Fragen reflektiert werden müssen und dann so umgesetzt werden. Das wurde eben bei den lüngsten, und jetzt kommen wir langsam zu den konkreten Punkten, bei den jüngsten Digitalisierungsvorhaben eben nicht getan. Also auf dieser Ebene wurde nicht reflektiert, was da gerade passiert. Das Resultat war dann eben, dass diese Asymmetrie zwischen Staat und Bürgerin sogar noch zementiert wird. Wenn ich eine Verwaltung habe, die sowieso schon mehr oder weniger verschlossen ist, weil ich keine Ansprechpartnerin habe oder keine Rechte, dann wird das natürlich noch viel schlimmer, wenn das Ganze dann in Rechenzentren verbannt wird, wo dann man noch weniger Zugriff hat und vielleicht sogar die Angestellten selber gar nicht mehr. Wobei natürlich unser Anspruch ja ist, diese digitalen Werkzeuge eben für Emanzipation der Bürgerinnen und Bürger zu verwenden, um genau auch zum Beispiel bessere Kontrolle zu erlangen und durchzusetzen. Zwei Beispiele haben wir jetzt gleich im Vortrag. Und diese beiden Beispiele sind eben Gesetzesentwürfe, in denen die Gesetzgeberin der Exekutive jeweils weitreichende Befugnisse erteilt hat und ihr technisch, und da kommen wir zum Problem, technisch gesehen sogar noch viel mehr ermöglicht. Das heißt, das ist nicht deckungsgleich. Das erste Beispiel ist so eine Art sichtbarer erster Schritt, und zwar die Familienleistungen oder das Elterngeld, was vorhin angesprochen worden ist. Und das zweite Beispiel ist eher so eine Änderung im Hintergrund des Registermodernisierungsgesetzes, was Christen uns nachher näher bringen wird. Kommen wir also zum ersten Beispiel. Die Digitalisierung von Familienleistungen und das Elterngeld. Also es ist, ich umreiße das kurz, das ist ein praktisches Projekt, womit in Deutschland endlich angefangen werden sollte, diese mystische Digitalisierung umzusetzen, und die basiert, diese Familienleistung basieren, oder die Digitalisierung davon basiert ganz wesentlich auf dem Online-Zugangsgesetz, dem OZG. Und die Grundidee dabei ist eben, das EU-one's-own-Prinzip in der Digitalisierung umzusetzen. Das heißt, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Daten möglichst, so ist die Idee, einmal angeben, und wenn sie dann an weiteren Stellen Leistungen in Anspruch nehmen, müssen sie die nicht nochmal eingeben. Jetzt ist allerdings die praktische Umsetzung, so wie es jetzt im Gesetzesentwurf und so wie geplant ist, stößt die Nutzerin das Verwaltungsverfahren an, um zum Beispiel Elterngeld zu bekommen, und das läuft dann einfach sozusagen im Innern der Verwaltung weiter. Die nötigen Daten werden dann zusammengesucht, zum Beispiel durch Schnittstellen zum Standesamt oder zur Rentenversicherung, und laut Online-Zugangsgesetz wird das Ganze dann über so ein Portalverbund, das ist also so eine Kombination aus Verwaltungsportalen der Länder und Behörden realisiert, da hat man dann so Servicegründen und Postfächer, und da kann man diese Anfrage dann stellen, und dann läuft das Innere, den da los. Das Problem ist, dass die aktuelle Umsetzung tatsächlich so eine Verwaltungsinsel oder Burg, wenn man so möchte, erstellt, die ist nach außen hin abgeschottet, da kann man so Fragen stellen quasi, aber intern haben alle Behörden gegenseitig technisch gesehen Vollzugriff. Das heißt, die Verwaltung vertraut sich da untereinander, nichts ist signiert, technisch gesehen auch, und offensichtlich klingt das jetzt nicht gerade nach einer Einhaltung der verfassungsrechtlichen Trennungsvorgaben, wo nämlich genau diese Interaktionen auch technisch nicht ermöglicht werden sollten, wenn sie auch sozusagen rechtlich nicht geboten sind. Das muss sogar verhindert werden, wenn es nicht geboten ist. Da ist da hier eine Erinnerung nochmal, dass der Datenschutz ja selber die Betroffenen primär auch vor der Datenverarbeitung durch die Organisation selbst schützt, und das ist eben hier die Verwaltung. Und dann ergibt es plötzlich Sinn, zu kritisieren, dass da so eine Burg entsteht, in der intern alle miteinander können, technisch können, miteinander kommunizieren können. Das heißt hier, dass die organisationale Selbstregelung gerade nicht ausreicht. Man könnte ja auch sagen, ja, die können immer alle auf alles zugreifen, und dann vertrauen wir ganz doll, dass sie immer das Richtige machen. Nee, so würde aber Datenschutz nicht funktionieren. Das heißt, es muss Zugriffskonzepte geben, und sozusagen ohne erwünschte Zugriffe müssen auch verunmöglicht werden, oder gar nicht erst im Design ermöglicht werden. Die aktuelle Architektur tut aber genau das. Es ermöglicht die komplett freien Zugriffe von allen Verwaltungselementen untereinander. Das heißt, ja, und dann kann man vielleicht noch sagen, ein kleiner Begriff noch zu dem, oder kleine Erwähnung zu dem Postfach selber, was man da hat, da sind auch wieder die Antworten der Verwaltung zu finden, wobei die weder signiert sind, noch kann man irgendwie über dieses Postfach selbst verfügen, also es bleibt quasi in der Verwaltungshoheit. Wenn sich dann plötzlich bei einem Bescheid, wenn der Bescheid sich ändert, ist es natürlich kein Problem, wenn es gar kein Postfach ist, sondern sowas wie eine Webseite, wo man sich das Ergebnis als PDF runterladen kann, das plötzlich zu verändern. Das heißt, auch an dieser Stelle merkt man, das ist so eine, man steht da vor so einer Wand und hofft dann, dass da was Richtiges rauskommt. Ähm... Genau, also, ähm, ähm, dieses ganze System setzt also die politisch nötigen Grenzen gar nicht um und, wie Christ schon mal beschrieben hat, ist es eben auch nicht, äh, in diesem, auch in diesem konkreten Fall ist es nicht resilient und auch nicht demokratiefest, weil eben so organisale Vorgaben sozusagen die einzige Grenze sind zwischen einem Staat, der intern komplett, äh, frei miteinander Daten aushoscht. Ähm, vielleicht kann man noch als lustiges Detail anfügen, sowas wie die Qualität der elektronischen Signatur oder sowas wie authentifizierte Behördenkommunikation finden sich, äh, zumindest in diesem Gesetz und auch im Online-Zugangsgesetz nirgends. Äh, Grüße gehen raus an Markus Dränger, der da regelmäßig verzweifelt. Das heißt, die eigentlichen, äh, Säulen von E-Government werden da überhaupt nicht angegriffen, sondern eher so ein Monster geschaffen. Ähm, dann kommen wir jetzt, äh, zu dem, äh, ein Beispiel, nämlich die Steuer-ID, äh, und dazu wird jetzt, ähm, wir kürzen uns was ein. Ja, vielen Dank, Rainer. Ja, damit dieser Portalverbund, äh, funktioniert und, äh, auch wirklich alle Behörden miteinander reden können und auch über die richtigen Bürger miteinander reden können, hat sich die Bundesregierung jetzt überlegt, mit dem Registermodernisierungsgesetz, ähm, die Steuer-ID, die ja für den Steuerbereich schon eingeführt worden ist, als eine einheitliche, lebenslange ID-Nummer auszuweiten. Das heißt also, die Zweckbindung, die diese Identifikationsnummer bisher hatte für den Steuerbereich, ähm, die wird ausgeweitet, äh, auf alle Lebenslagen. Und, ähm, ja, da kann man sich das schon denken, äh, äh, das, äh, verursacht dann natürlich, äh, weitreichende Bedenken. Also einmal rechtlich bekommt die Exekutive damit Ermächtigungen zum Datenaustausch, die verfassungsrechtlich problematisch sind, weil, das hatten wir schon gesagt, auch hier die Trennung aufgehoben wird oder zumindest jedenfalls durchbrochen, sehr leicht durchbrochen werden kann, wenn, äh, Behörden auf Daten anderer Behörden der BürgerInnen zugreifen können. Und zum Zweiten ermöglicht diese geplante technische Umsetzung, ähm, mit Hilfe der Steuer-ID noch viel weitreichendere Zugriffe, ähm, beziehungsweise verhindert sie, äh, nicht aktiv. Und das Kernproblem, was in diesem Bereich besteht, ist das Risiko, ähm, dass durch diese Zugriffsmöglichkeiten Profile gebildet werden können. Und zu der Profilbildung hat sich das Bundesverfassungsgericht ja zum Beispiel schon vielfach geäußert. Die bekannteste Entscheidung ist die Volkszählung, äh, das Volkszählungsurteil, ähm, aber auch in anderen. Und da geht es immer um die Frage, äh, wie ist Datenverarbeitung eigentlich zu begrenzen? Ähm, und, äh, wie, äh, kann Zweckbestimmung festgelegt werden? Und jedes Gesetz, das in die Richtung geht, dass es eben keine Begrenzung vorsieht und keine ordentliche Zweckbestimmung, das ist verfassungswidrig. Und, ähm, da, äh, äh, das hat seine Gründe auch im Datenschutzrecht, äh, das ist dann nämlich auch ein Verstoß gegen Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Die sieht nämlich auch vor, ähm, dass Datenverarbeitung nur nach Treu und Glauben und für festgelegte Zwecke auf einer gesetzlich geregelten Legitimgrundlage erfolgen dürfen. Das heißt also, ähm, wenn man diese, diese ID benutzen will, dann muss auch die zugrunde liegende Gesetzgebung, äh, natürlich verfassungskonform sein, sonst, äh, kann sie nicht als Rechtsgrundlage dienen. Ähm, und, äh, die Gestaltung oder die Anforderungen, also die Zweckbindung und die Begrenzung der Datenverarbeitung, die sind jeweils auch im Design zu berücksichtigen, also auch bei der Technikgestaltung, das sagt uns der Artikel 25 der Datenschutz-Grundverordnung, ähm, und dabei ist dann auch wesentlich, ähm, dass die technische Umsetzung, so wie sie erfolgt, mithilfe einer, eines einheitlichen Personenkennzeichens auch erforderlich sein muss. Und, ähm, an der Erforderlichkeit ergeben sich hier erhebliche Zweifel. Natürlich ist das superpraktisch, wenn jeder, wenn jede Bürgerin eine Nummer hat und man die durchgängig in allen Verwaltungsbereichen benutzen kann. Aber man kann dann eben auch sehr schnell und sehr leicht, ähm, Profile, also ganze Profile über das gesamte Leben einer Person erstellen. Und genau das soll eben nicht passieren dürfen, weil das das Machtungleichgewicht zwischen der BürgerInnen und dem Staat noch weiter, ähm, zementieren würde. Und, ähm, so eine, so ein Personenkennzeichen ist auch deswegen nicht erforderlich, weil es nämlich Alternativen gibt. Und das hätte die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf eigentlich viel, äh, viel grundlegender und viel besser berücksichtigen müssen. Ähm, wir kennen nämlich ein Beispiel einer bereichsspezifischen, äh, Kennzahl oder eines Kennzeichens. Das haben nämlich die Österreicher, äh, in ihrem System eingebaut. Und da geht es darum, dass, ähm, zwar Behörden miteinander kommunizieren können und dadurch, äh, Verwaltungsdienstleistungen auch einfacher machen können für alle BürgerInnen. Aber, äh, die Behörden untereinander, die kennen die jeweils bereichsspezifischen Kennzeichen der anderen Behörde nicht. Sondern, äh, die werden jeweils, äh, in einem, an einer zentralen Stelle verhasht. Und, ähm, äh, so, äh, darüber, über diesen Mittler, über diese Mittlerfunktion, ähm, werden dann, wird dann für die Austauschbarkeit von Informationen, äh, gesorgt. Also, zum Beispiel, dass man sicherstellen kann, dass, äh, die beantragende Person, äh, auch die, diejenige ist, also auch die richtigen Daten, den richtigen Wohnort angegeben hat. Äh, äh, oder auch um Verwaltungsdienstleistungen, wie beim Elterngeld zum Beispiel, einfacher zu machen. Ähm, so wie das Gesetz jetzt aber ausgestaltet ist, ähm, wird es höchstwahrscheinlich von dem Bundesverfassungsgericht scheitern. Das kennen wir ja schon, ähm, weil es eben, äh, weil es Alternativen gibt, äh, die weniger eingriffsintensiv sind und, ähm, die, ähm, die der einheitlichen Nummer gegenüber eben deutlich weniger Risiken beinhalten, weil eben so eine Profilbildung über alle Behörden nicht so einfach möglich ist. Ähm, das heißt, äh, unterm Strich, dass so ein bereichsspezifisches Personenkennzeichen, was eben dann zu bevorzugen wäre, die Haltenteilung auch respektiert, weil eben, äh, die Behörden nicht ohne weiteres miteinander, äh, reden können und auch das informationelle Trennungsprinzip. Ja, und, äh, da sind wir dann auch schon bei unserer Zusammenfassung, die dann Rainer übernimmt. Moment. Genau, ähm, danke, Kirsten. Dann sind wir jetzt beim Abschluss, ähm, und, äh, haben hoffentlich, äh, so ein bisschen in aller Kürze zeigen können, äh, an diesen Beispielen, dass, äh, dieses, diese Trennungsgebote, ähm, dieser totalen Verwaltungs, ähm, vereinheitlichen und Monolithisierung eigentlich entgegenstehen und das Ganze jetzt an verschiedenen Ebenen, ähm, sozusagen so halbherzig politisch-rechtlich ermöglicht wird, äh, und, äh, fatal technisch umgesetzt werden soll. Ähm, nochmal als Erinnerung, die informationelle Gewaltbeteilung ist die technische Umsetzung der politischen Trennung, ne, und da sieht man schon genau diese beiden Probleme, äh, die gibt es gerade. Jetzt kann man sich natürlich fragen, äh, äh, warum ist das denn gerade so? Also warum wird das, warum wird da auf dieser sozusagen grundsätzlichen und auch, äh, kategorischen Ebene so, so geschlampt, wenn man es mal so sagen möchte? Ähm, das kann einerseits natürlich daran liegen, äh, weil nicht im Großen oder sozusagen in dieser Übersicht verstanden wird, was da gerade passiert, ne, wenn man an dieser Ecke, äh, immer so Schritt für Schritt hier was Kleines verändert und da was Kleines verändert, dann fehlt natürlich der große Überblick. Äh, das kann vielleicht auch, äh, daran liegen, dass auch so bestimmte Datenschutzgrundsätze und bestimmte verfassungsrechtliche Fragen, ähm, in dieser Hinsicht jetzt noch gar nicht reflektiert worden sind, ähm, aber da versuchen wir gerade unseren bescheidenen Teil dazu beizutragen, auch, äh, in den Anhörungen. Ähm, und der zweite Punkt ist natürlich auch, äh, weil, wie Kirsten anfangs schon eingangs gesagt hat, äh, oft nach rein wirtschaftlicher Effizienz und mit Verwaltungsobjekt, äh, ähm, Optimierung, äh, Optimierung gearbeitet wird. Ähm, und auch da wieder so eine totale Blickverengung stattfindet, ähm, das ist natürlich dann sehr problematisch. Also, wir wollen uns also hier nochmal stark dafür machen, äh, dass so Verwaltungsdigitalisierung eigentlich eine Chance ist, äh, in der diese Machtübertragung feiner und, äh, ausdifferenziert und austariert werden kann. Ähm, 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 wenn man das richtig macht und die Möglichkeiten gibt's und die Fähigkeit war ja auch, äh, in diesem Land so was ordentlich zu machen, ähm, ansonsten wird's eben schlimmer und das scheint sich so ein bisschen anzudeuten, äh, dass da so ein Riesenmohrloch entsteht, ähm, wo uns dann vielleicht nur noch die Inkompetenz der Überwaffe schützt, aber gut, ähm, ähm, aber, äh, das wollen wir gerade verhindern und auch natürlich mit, äh, ähm, mit den Konzepten, die hier auf dem Kongress diskutiert werden und das ist quasi unser Ansatz zu sagen, es gibt Alternativen, äh, die man politisch denken und auch technisch umsetzen kann, äh, und das sollten wir angehen. Ähm, vielen Dank und, ähm, falls es Fragen gibt, gern her, dann. Oder mich draufschaltet, aber dafür haben wir ja Maxi in der Regie, das ist ja schon mal gut. Ähm, ich hab grad noch keine Fragen bekommen, Sekunde, ich sag's euch, wenn ich welche habe. Doch, wir haben eine Frage bekommen, ich hoffe, ihr könnt mich hören, äh, die ist relativ kurz gefasst, aber den Kontext müsst ihr denn ergänzen? Woher wisst ihr, fragt dort jemand, dass die Architekturen diese Fehler haben, wie ihr sie gerade beschrieben habt? Wer möchte dazu sagen? Ja, keiner. Okay, ähm, also, das wissen wir, äh, man könnte sagen, erstens indirekt und zweitens direkt. Ähm, erstens indirekt, äh, bei diesen Verwaltungsleistungen ist es so, ähm, da sieht man sich, wenn man sich den Gesetzesentwurf anguckt, da steht schon dann drin, die sollen mit denen reden können und die sollen mit denen reden können, äh, und dann passiert das automatisch, äh, und dann passiert das automatisch, äh, sozusagen, ähm, ohne weiteres Zutun. Ähm, und da würde ich dann, äh, gucke ich sozusagen mit meinem informatischen Blick drauf, ähm, und da steht dann sozusagen, sind das so halbe Schnittstellenbeschreibungen, ähm, und da ist aber nichts, da ist kein, kein Wort, äh, auf die und die Punkte muss aber geachtet werden, oder das darf nur unter den Umständen passieren, oder so, das heißt, äh, man kann sich da diese, diese Gesetzesentwürfe, ähm, äh, einfach mal angucken und dann sieht man schon, in welcher Hinsicht man es interpretieren kann. Der zweite Punkt ist aber das, was Kirsten beschrieben hat, ist es sogar sehr explizit so, ähm, äh, mit den Fehlern. Das heißt, äh, beim Registermodernisierungsgesetz geht es halt darum, die 200 und, äh, Register, die es in Deutschland gibt, alle mit einem, äh, Primary Key, würde man technisch sagen, äh, mit so einer ID zu versehen, und das macht man ja nur, wenn man die irgendwie zusammenführen möchte. Also es gäbe ja sonst überhaupt keinen Sinn, diesen Ansatz überhaupt vorzuschlagen. Und das ist sozusagen der zweite, der zweiten Ansatz, äh, wo wir sehen, da, da wird das nicht nur sozusagen implizit irgendwie angedacht, sondern das ist explizit so vorgesehen. Und das ist sozusagen der, ähm, das wäre so die Antwort. Ich weiß nicht, Kirsten, willst du dazu noch was sagen? Ja, man könnte noch ergänzen, ähm, dass es gar nicht darauf ankommt, ob das dann tatsächlich so gehandhabt wird. Äh, wenn das, äh, technisch möglich gemacht wird, äh, dann reicht das schon aus, äh, weil wir, äh, äh, vor unserer historischen Erfahrung und auch der Erfahrung, die wir jetzt aktuell sammeln, ähm, ein sehr großes Augenmerk darauf, äh, legen sollten, dass wir Digitalisierung demokratiefestgestalten. Das heißt also, dass sie nicht ohne weiteres mit kleinen technischen Griffen oder eben auch nur mit der Übergehung von Verboten ausgehebelt werden kann und eben solche umfassenden Persönlichkeitsprofile entstehen können. Denn, ähm, das ist einfach eine Grundvoraussetzung unserer freiheitlichen Demokratie, dass wir uns, äh, doch weitestgehend frei bewegen können. Und da, wo wir das nicht können, da, wo uns der Staat beobachtet, in Anführungsstrichen, da muss das sehr klar gesetzlich geregelt sein, ähm, und das muss eben auch in einem bestimmten Rahmen bleiben. Das darf bestimmte Grenzen nicht überschreiten, ähm, weil, äh, sonst eben die freie Entwicklung, äh, auch des Individuums, das dann ein sinnvoller Teil der Gemeinschaft werden kann, gar nicht mehr gewährleistet wird. Ja, wir haben noch eine, äh, eine Anschlussfrage tatsächlich. Was kann ich als Bürger tun, um diese Probleme aufzudecken? Stelle ich Anfragen an bestimmte Stellen über meine Daten und wer sind diese Stellen? Also, was ist jetzt der nächste Schritt für mich als Bürger oder Bürgerin? oder wer? Ja, ja, ich, ich sag dazu mal kurz was. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir hier, ähm, hier an so Probleme kommen, wo man merkt, dass sozusagen die, die Macht und die Möglichkeiten der einzelnen Personen sehr beschränkt ist, weil wir da, weil wir sozusagen so ein, so ein Verwaltungssystem gerade thematisieren. Es ist weniger, äh, weniger eine Frage, gibt's die Daten da, sondern was sind denn die Interfaces, was sind denn die technischen Möglichkeiten der Behörden untereinander? Das heißt, ähm, hier ist, glaube ich, ich, relativ schwierig, da, ähm, irgendwie Datenabfragen zu machen, sondern es ist, glaube ich, eher, so wie immer bei solchen komplexen Sachen so, dass man da irgendwie gucken muss, gibt's irgendwie Kampagnen oder gibt's irgendwie, was sagt denn der eigene Abgeordnete oder die eigene Abgeordnete zu dem Thema? Ja, also eine konkrete Frage, die man stellen kann, ist ja, warum wurde denn das österreichische System mit den verteilten, äh, bereichsspezifischen IDs, äh, warum wurde das denn nicht benutzt? Äh, die Bundesregierung hat gesagt, ja, nö, so richtig, äh, passt es eigentlich nicht und ist außerdem viel zu teuer. Ähm, so mit dem Dreizeiler kann man jetzt nicht gerade die Grundlage, ähm, äh, äh, der, der modernen, äh, Verwaltung, ähm, sozusagen, sozusagen an der, an der, an der Wegekreuzung zwischen digitalisierter, äh, Verwaltungsmoloch und eine saubere Trennung, äh, sollte man das nicht so, so lapidar dahin werfen? Ähm, das wären, glaube ich, so Fragen, die man stellen könnte. Meiner Ansicht nach ist das ein, ist das so ein anderes. Ja, so wie du schon sagst, also sich an die Abgeordneten wenden, denn das Register-Modernisierungsgesetz ist ja noch nicht verabschiedet, also da müssen die Abgeordneten noch drüber abstimmen, da kann man sie zu befragen und der nächste Schritt ist dann natürlich der Schritt nach Karlsruhe, äh, man kann die Verbände, äh, die dann vielleicht Verfassungsbeschwerde erheben oder wie auch immer sich das dann gestaltet, möglicherweise ja auch über die Parteien, äh, über die Fraktionen im Bundestag, ähm, mit einer Normenkontrollklage, ähm, sich, wie gesagt, an die Abgeordneten wenden oder die Verbände in diese Richtung unterstützen. Danke für die, ja, Rainer, hast du noch was? Teil von organisiert euch, oder uns, wir uns. Ja, Entschuldigung. Da bist du ja hier am richtigen Ort, würde ich sagen, auf dem Kongress. Ähm, eine Frage haben wir auch noch bekommen aus dem Publikum, eher so ganz allgemein, warum ist die Frage, tut sich Deutschland so schwer bei der verschlüsselten Kommunikation, ähm, vor allen Dingen mit den Behörden? Ich, sagt hier unser Leser oder unsere Leserin und Zuschauer, hatte schon vor 20 Jahren meinen ersten PGP-Key. Also, warum dauert das so lange? Was ist das Problem? Also, es ist, ähm, Kirsten, willst du sonst, willst du dazu was sagen? Ja, das ist, ähm, das ist eine vielschichtige Antwort. Also, äh, so richtig verstehen kann das, glaube ich, auch, auch niemand. Also, ich glaube, die Antwort ist eigentlich ganz schlicht, es ist nicht, schlicht nicht gewollt, äh, so. Ähm, das ist der Grund, ähm, dass das technisch nicht umsetzbar ist. Ja, das ist gut, ich meine, wir sind ein föderaler Staat, da ist das natürlich nicht trivial, ne? Also, äh, da, da muss man einfach miteinander reden, äh, und sich einigen, und das scheint eine besondere Herausforderung zu sein in diesem Fall, äh, aber auch davon ganz unabhängig könnten natürlich, äh, das in bestimmten Bereichen, äh, ja durchaus umgesetzt werden. Also, es müsste ja nicht flächendeckend umgesetzt werden. Und, ähm, auch da, äh, äh, ähm, glaube ich, fehlt es, äh, einfach bei, bei den Entscheidern, ähm, möglicherweise auch an Technikverstand. Ich glaube, so einfach ist das tatsächlich. Das wäre dann, wenn ich da noch, äh, Entschuldigung? Bitte, bitte sag leider, bitte sag leider. Ja, äh, ähm, da, wenn ich da ergänzen darf, ich glaube, da kann man sich auch E-Mail made in Germany mal angucken, den, äh, Vortrag, der passt das, glaube ich, auch ganz, äh, unterhaltsam zusammen. Ähm, ähm, also ich meine, ich würde jetzt die Frage stellen, im Raum alle Hände hoch, wer eine DE-Mail-Adresse hat. Also, äh, wenn man, man, man sollte jetzt nicht so Sachen wie, das soll was kosten, oder es gibt eine Zustellfiktion, oder es gibt so ganz viele Gründe, so ganz kleine Punkte, wo man es falsch machen kann, oder BEA, wenn man sich das anguckt, das ist, ähm, da wird da wieder was Neues gebaut, anstatt auf existierende Standards zu setzen. Also, ich würde auch sagen, das ist, das ist eher Inkompetenz, ähm, eher, ähm, Inkompetenz, ähm, an der Stelle, als tatsächlich irgendwie, äh, vielleicht sogar negativer Wille, ähm, meiner, meiner Ansicht nach. Aber ich bin da voll, ich bin da ganz bei dem, bei der schreibenden Person, ähm, sowas bräuchten wir, halt Ende, also eine, sozusagen eine sichere Behördenkommunikation, ähm, aber das ist, ich weiß nicht, ob, ob da nicht verstanden wird, wie wichtig das eigentlich ist. Und es geht ja, ist ja alles da, an Standards und so weiter, also, ja, völlig richtig. Wäre es, wäre das so, so ein, ein Aufruf zu sagen, geht alle in die Verwaltung, also tragt euer Wissen hier vom Kongress dahin, fehlt es sozusagen an dem Wissen, wie du gesagt hast, also muss man das Wissen da reintragen? Also, auf jeden Fall, ich meine, das ist, glaube ich, so ein Punkt, äh, ich dringel mich mal ganz kurz vor, äh, weil das, also das, das, finde ich auch einen total wichtigen Punkt, ähm, ähm, also der, ne, es klingt jetzt ein bisschen schmalzig, aber der Staat, diese Entscheidungen, das sind natürlich irgendwie auch wir, das heißt, geht in die Verwaltung oder geht in die Politik, zumindest, äh, weiß ich nicht, äh, auch mal, um, um diese Art von, ähm, Kompetenz da mit reinzutragen, auf jeden Fall, naja, Verwaltung, okay, vielleicht, ja, aber Kirsten wolltest du noch sagen, Entschuldigung. Naja, ich, es ist, also, es wäre schön, wenn wir mehr Technik, äh, Sachverstand in der Verwaltung hätten, aber da müsste sich vorher, glaube ich, einiges, äh, auch, äh, an der Struktur und vor allem auch an der Bezahlung ändern, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, äh, dass die Stellen, ähm, die relevanten Stellen einfach unterbezahlt sind, ähm, und, äh, ja, auch das ist natürlich ein politischer Punkt. Okay, äh, weiter hast du noch was? Wir haben keine weitere Frage gerade, insofern könnt ihr gerne einfach noch was anschließen. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ähm, ich würde vielleicht abschließend sagen, ähm, diese, diese Einleitung, äh, was wir so verwendet haben, als für den, für den Titel Informationelle Gewaltenteilung richtig umsetzen, ich glaube, das ist jetzt so ein ganz klassisches Beispiel, äh, wo man, ähm, wenn man immer so klein klein denkt, ähm, an Grenzen kommt und an Ecken stößt, wo man nicht so richtig versteht, warum das so ist und warum jetzt da wieder die ExpertInnen rumnölen und die Hacker sind unzufrieden und so weiter, ähm, weil man einfach nicht sich mal einen großen Plan überlegt hat und mal überlegt hat, was, was tun wir denn hier gerade? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Faxe einscannen und dann verschicken, ähm, sondern wir können ja hier mal Sachen ganz anders bauen und müssen sie anders bauen. Und ich glaube, die Zeit, äh, die wird da sich nicht genommen. Da wird irgendwie drei Jahre lang einfach nur geschlafen und nichts gemacht. Und dann muss es schnell gehen. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist so ein Punkt, äh, der mich so ein bisschen nervt, weil eigentlich wäre die Zeit ja gewesen, Online-Zugangsgesetz war 2017 oder so, und jetzt auf einmal muss es hops, hops, hops gehen, äh, als, als wäre das irgendwie so ein Schüler oder eine Schülerin, die merkt, dass morgen die Klassenarbeit ist oder für einen Vortrag noch lernt, aber das ist doch keine Industrienation, die so strategisch ihre Digitalisierung organisiert. Und ich meine, guckt man sich ja hier nun mal gerade umschauen, so. Also, aber gut, ja, das war nur so noch ein Punkt, dem da so eingefallen ist. Ich danke euch, würde ich sagen. Auch, äh, also, es bleibt viel zu tun. Das nehme ich hier mit aus dem Abend, den ihr uns hier vorgestellt habt. Ähm, Kirsten, ich danke euch vielmals. Ähm, äh, wer jetzt hier zuschaut und wem die Frage denn erst in fünf Minuten einfällt, der sieht ja auch, äh, gerade noch, hoffentlich, weiß gar nicht, ob ihr eure Folie noch sieht, aber ihr seid beide auf Twitter unterwegs. Ihr findet das alles über das, äh, das Programm von der Wikipacker WG und, äh, könnt dann im Nachhinein sicher auch noch ins Gespräch kommen. Ich danke euch, dass ihr heute live diesen Vortrag bei uns gemacht habt und, äh, würde jetzt einfach noch mal ganz kurz, äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer quasi verabschieden in den Abend. Also, vielen Dank an euch beide. Ich sag kurz, äh, hier, äh, ist jetzt Sendeschluss. Äh, willkommen gleich in unserer Nachtschleife bei WTF Alpha. Wir haben wunderschöne Bilder für euch herausgesucht, zu denen ihr euch, äh, Klänge heraussuchen können. Vielleicht haben wir auch Klänge für euch, mal sehen. Ähm, ist immer so eine Sache mit der GEMA. Ähm, wenn ihr sozusagen wieder auf Inhalte steht, dann würde ich euch gerne morgen früh hier wieder auf dem Kanal begrüßen. Um 11.05 Uhr sind wir wieder live dabei. Dann, äh, fangen wir an mit dem Thema Digitales Ehrenamt. Äh, Daniel Domscheid-Berg wird ein Gespräch führen mit Katharina Peranitsch von der Vor-, äh, von der Stiftung, ähm, für Engagement und Ehrenamt. Und wir haben Jugendhakt, wir haben, äh, Wiki, ähm, diese ganzen Wiki-Sachen. Wir haben alles. Guckt einfach bei uns wikipacker.de rein. Ähm, ich freue mich auf euch morgen wieder und, ähm, gute Nacht hier aus dem Kanal. Tschüss. Musik 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 Musik